Hallo zu einer Folge Gäste und empfangen ist ich bin Tim Mugler und wünsche euch viel Spaß jetzt kommt das Intro nicht weil ich jetzt nicht mehr einbauen wird bei uns irgendwann mal wieder ein bisschen bearbeitet so aktuell nicht ja, Eisenblöcke hier ist das Default Texture wird eigentlich besser geh weg du Eisen hm was könnte das sein Waschbecken 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 die Schüller Ja, das ist das selbe. Äh! Das ist wieder. Blutzer! Ähm Äh, Holz Keine Ahnung Wüffel? Wüffel 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 Keine Ahnung, Schokolade Das konnte man wirklich nicht erkennen Ich habe aber immer die schweren Sachen Da mache ich mir gar keine großen Haufen Oh, was für den Zirn gelangt Baum Baum Update bereit zur Installation Schon kriege ich von Apple Hier der Quick-Tab Würste? Holz Ähm Horsig-Holzzex Ich glaube, so eine Werbung werden die nicht einbauen Wüffel Higging ist auf Handelt beschraft Verboten und Wuppen Ist noch riesiger Baum M M M Nein Tannenzapp Okay, das kann man auch schlecht bauen Hindernis Ja Zaun Ich werde die nicht hinbekommen Entspann Tein Entspann Tein St Das war jetzt still. Ich hab da versucht, den Olympischen Ring zu machen. Der René, der sollte eigentlich gebannt werden, also das wäre jetzt nur meine Sache. Stein, Bogen, Stuhl, Stuhl, hm, kann man ja sagen. Ich kann ja nicht erraten. Hoch. So, Avotex. Enttäusch mich nicht. Ich bin übrigens nicht mit Avotex im Chat, ne? Im Teamspeak oder Skype oder so. Nein, ich bin nicht, ich weiß. Mhm, 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 mhm. Ja. Ja. Oh, ich war gerade. Kann ich mal. Äh. 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 Einmal. Loch. Hm. 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 Was? Toff. Äh. Ernsthaft. Hm hm hm. Das wird ein langweiliges Video. Schwere Spiel und so. Man muss halt gute Mitspieler haben. So nix mehr. Schnockis wirklich gut. Oder ein Cheetah. Oder ein Heck. Oder so was ähnliches. Na, kann alles sein. Hm. Schlüssel? Hä? Hä? Ich muss... Wie wird das geschrieben? Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ähm. Niemand ist alles. Äh. 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 Cresti ist wirklich ein Cheetah und Schnocky. Äh. Okay. Äh. Ich fahre. Maus. Ja. Mh. Das geht doch gar nicht. Da weiß er aufs. Nja. Ich bin vierter. Vorne und in. Einfach so. Wer kann mal den? Siebt. Dann will ich gar nicht gucken. Wir brauchen. Hm. Es ist ein Barrieren. die 8 1 wenn wir nicht gehen wo sie nun Barriere die Hand nehmen und dann erscheinen da wurden er auch zeigte Auge? Was soll das sein? Ah 10 Minuten sind oben. Und? Fuchs? Warum? Warum? Okay, das war einfach. Leider will ich drin, von hier aus kann man wissen. Das ist alles. Und das habe ich jetzt übersehen. Muss ich zensieren. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Mal bei gut Übersetzung eingeben. English. Ne, ich mache gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Nach diesem Mal. Ich bin hier jetzt gerade bei Melody. Und wenn genug Spieler da sind, melde ich mich wieder. Na? Bis gleich. Für euch sind ich irgendwo. so. So. Wir sind jetzt zu viert. Hoffentlich das bleibt so. Es sind noch 60 Sekunden knapp. 65. Ja. Und da mal jetzt auch kein weiterer Cut. Obwohl wir sehen uns nach dem Cut. So. So. Los geht's. Kenn ich nicht mehr. Aber irgendwie schon. Was ist das? Dynamite. Get lucky. Wow. Ich kann es nicht mehr anziehen. Keine Ahnung. Ich kenne es irgendwie. Ich glaube das war das erste. Oh. Nein. Uh. Naja. Kenn ich doch. So. Kenn ich nicht. So. Sag ich nicht. So. 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 well. So. 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 das oder das nach war falsch er hat ich erinnere mich an sie Prozent Aachen wenn es nicht mehr der jetzt filmt am Mond. Weiß man nicht den Namen. Sollte es trotzdem erraten. Ich kenne sogar den Namen. Ich bin mir nicht sicher, wie das heißt. Ich rate einfach. Da. Bäh. Ich kannte das. Aber ja. Das sollte auch fast jedem bekannt sein. Aber den Namen nicht. Ich konnte das. Das sieht ja nicht. Das hat sich so leicht Richtung Afrika. Na. 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 Mittlerer aus. Am Anfang. Finde ich. Wer andere Meinung ist, dann meine ich, wenn Hass ist. Dann. Naja. Dann eben nichts. Oh egal. Dann belehrt mich eins besser. Das ja, der der, der so ein Pfeff. Nein! Äh! Hätte ich mal auf mein erstes gehört. Aber jetzt bin ich wieder schlecht. Komm, mach schon recht gut. Komm, mir auch noch ganz. Ich will noch einen Mond in dem Schicksal. Ich kann euch gleich mal meinen Text-Paket nach der Runde zeigen. Den Namen weiß ich gerade nicht auswendig. Das ist kein Wahle. Ja, hätt ich mal das gesagt so. Der Zeit, das so ist ein Paket hier. Das Kop. Tick-Tock. Das kenn ich nicht. Really, I know. Ich hab Friday-Case-Cow. Vielleicht wär auch nicht weit. Das kenn ich auch. live. Tick-Tock. Nun. Tick-Tock. Aber schon. es ist keine kein Schimmel den die die Das A. Ich kenne fast jedes Lied davon, aber nicht den A. Und das bringt mich halt zum Verlieren. Aber das Spiel macht Spaß. Da werde ich auch gleich noch was dranhängen und eine zweite Folge aufnehmen für Wann kommt das nächste Mal PvP. Vielleicht verschiebe ich dann was. Dass ich morgen nicht so viel Stress zum Aufnehmen habe. Ach, ich weiß wie es heißt. Läuft, oder? Kann das das sein? Ne, nein. Oh doch, richtig, ja. Ist mir eingefallen. 3.03 Münzen. Der Chat ist nicht mehr stummgeschaltet. Yeah, Teddy. Viel mehr rankaufen. Euro sind der war tausend Punkte so war und glaube ich und geschenkt anfang 500 die Geltend die noch kommen so erstattet in 90 Sekunden um ja auch das stimmt versäglich Prozent es sind fünf spieler für Server eben ganz klar und diesmal bin ich hoffentlich nicht nur am Anfang so gut Prozent ich will einmal diese Welt Gottverdammte verfluchte Spiel schlecht gesagt in einem Satz ist doch und ein bisschen Unterhaltung kommt dazu jetzt blende ich Musik ein oder so st so was meinen das habe ich früher gemacht wie er sich hat merkt und meint sich die 60 Prozent wie es war Musik der in dem Spiel ist viel zu laut habe ich die einfach rausgeschnitten oder zu leise und da habe ich die rausgeschnitten und einfach Musik draufgelegt das war eine viel zu lange Bearbeitungszeit ist das ist ich das ist ich die ganzen klassiker raus aber könnte das tatsächlich sein ich versuch es. Spiel, das hab ich mal gespielt, naja, das weiß ich nie, wie gehe ich von Porto, den Sänger kenn ich nicht mehr, die Sängerin-Gruppe, irgendwie sowas. Das kenn ich nicht. Oder doch, kenn ich. Grob. Ungefähr. Vielleicht sie nur grob kennen und das Spiel auch grob kennen können. Naja, war logisch, ne? Das kenn ich grob und das Spiel kenn ich grob. Oh, das ist ein schnelles Lied. Kommt mir auch bekannt vor. Ja. Das könnte gut sein. Ne, Zelda war was anderes. Die kenn ich. Versuch ich damit. Gasilis Castle von Megaman 2. Megaman, die nur von, äh, nie gespielt. Dann schreibe ich den Videos zurück. Bleib mal mal stehen. Bleib mal stehen. Das ist ja kein... Also, das ist nicht grad' schöne Musik. Und mein Gott, Musik ist nicht schön. Das ist eh immer wieder... Boah, atemberaubend, wie die Lieder hier hinkriegen. Ghostbusters. Na ja. Scary Monsters. Ich kenn keinen eins davon. Das könnte Mission Impossible sein. Hab keine Ahnung. Beat it von Michael Jackson. Ich hab nie Michael Jackson gehört und werde es auch nicht tun. Das hatten wir doch in der letzten Runde. Oder? Nein, bisschen anders. Geheimnisvolle Musik. Ich kannte aber nicht den Namen. Boah, die Musik ist ordentlich toll. Nicht abschalten. Keine. Wenn ihr abschaltet, könnt ihr ja wenigstens an. Ich mach' meine Meinung. Dancing Queen ist nicht mehr. Das geht nicht. Das tückische Mal. Ich hab' noch'n Wunsch. Was so schlimm war, weil ich sie dies nicht mache. Ich dies nicht. Und so da. Ja, ja, ja. Was also noch das? Was kenn ich. Die äh, den Text sind, bilden auch nicht. gerade im Gedächtnis und 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 99 die Luftballon konnte das sein Titel der Erwähler nicht einfach alle haben es gewusst die sind vorausschauend in der Klassiker des Nido naja, fast zielst du dich aber ey, das nicht na, na na, tsch aber ich habe am letzten Mal schon falsch gehabt ich hoffe, dass ich es jetzt wieder so aah meh doch, das war ich als erstes jetzt kenne ich jetzt kenne ich also ich empfehle dieses Video nicht mit Headset zu hören oder Kopfhörer nein, tsch das geht echt auf die Runde ich hoffe, wir habt ihr überhaupt zu unserem Punkt ich dachte, wir können das doch mal machen ne das könnte es sein die kann bekannt vor und das Lied kommt schon mal richtig ein Börn von Elie Golding, noch nie von gehört Elie Golding schon an ja, wieder zwei Punkte ja, äh mal gucken, wie lang das Video geht aber ich sag schon mal tschüss mit is und vielleicht wird noch was dran gehängt nein, es wird nichts dran gehängt tschüss mit is w w w w w w w w